Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich fahre auch langsam, ich fahre auch langsam, wir haben heute Sonntag, wir haben heute Sonntag, ich fahre mit meinem Italien-Freund-Fahrrad. Ich fahre mit meinem Italien-Freund-Fahrrad und ich kann sogar mit meinen Dörker jetzt Fahrrad fahren und ich nicht. Und ich kann sogar mit meinem Dörker jetzt Fahrrad fahren und mich unterhalten. Ist einfach super. Besuchen Sie meine Webseite. Es lohnt sich. Da gibt es viel zu erfahren. Wie über meine Arbeit mit meinen Dörker-Schüler. Oder können über mich viel erfahren. Da gibt es auch Bilder, Videos. Oder mich findet man auch über YouTube. Oder über Facebook. Ich habe auch einen eigenen Forum. Und habe zwei eigene Webseiten. Einmal heißt die Seite Und meine andere Seite heißt Besuch lohnt sich. Von mir. Vielen Dank.